So, der Stream läuft, dann starte ich mal Raft. Mein PC ist kühl. Noch. Sehr schön. Aber selbst wenn er jetzt abstürzt, dann... Oh, das ist doch so nervig, ey. Das nervt mich jetzt richtig, dass das alles nicht da ist. Aber gut. Lässt sich halt sich ändern. Wir haben versucht, es zu recoveren, aber es geht nicht. Ja, leider. Ich komme einfach rein und sage dann gleich nochmal an Mod und so. Leute, wir sind einfach zu blöd zum Aufnehmen. Beziehungsweise ich. Das ist ja, würde ich jetzt nicht sagen, zu blöd, ne? Der Rechner ist halt einfach abgestürzt. Ja, das hat ja nichts mit Blödheit zu tun. Sondern mit mangelnder Hardware. Kann ich auch nochmal sicher gehen. So. Ähm, er hat mich hier gespeichert. Willst du mich verarschen? Ich bin in Dings drin. In was? In der Brücke. Komm mir nicht mehr raus. Reingeglitscht. Wir müssen dich töten. Äh, warte mal. Jemand muss einfach nur die Tür öffnen. Kann mal jemand zu der Tür kommen und die aufmachen? Ich mache hier gerade sowieso schon alle Türen auf. Du meinst doch diese Rutschen, ne? Ja, genau. Bei der einen hänge ich fest. Ich habe schon fast alle auf. Wahrscheinlich ist es gleich die nächste. Ja, da bist du... Sehe ich dich auch gerade, wie du langläufst. Halt, du läufst doch vorbei. Hä, aber die, wo du meinst, die ist doch offen. Hä, bei mir ist die zu. Bei mir ist sie offen. Deswegen kann ich sie auch nicht... Ah, ich sehe dich. Du bist da am Boden drin. Ja. Aber sie ist schon offen. Deswegen kann ich sie nicht öffnen. Äh, ich logge mich mal aus und wieder ein. Ja, safe. Ich kann natürlich auch einfach alles droppen. In der Hoffnung, dass es irgendwo im Wasser landet. Du kannst ja erst mal eine Sache droppen und wir probieren, ob es klappt. Genau. So, bist du jetzt da wieder? Moment. Ja, du bist da wieder. Ich sehe dich schon. Ja, aber jetzt bin ich an der Seite. Schön. Dann kannst du runterjumpen oder hoch. Ja, und ich bin im Wasser. Super. Ja, perfekt. Dann kannst du ja die Rutsche hochklettern. Gott sei Dank. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück aufs Boot und mache noch einen Not. Und scheiße. Na gut. Aber jetzt streamen wir ja. Also, jetzt sind die Dateien safe. Wo ist denn unser Boot? Äh, Raul, kannst du mal hier was fällen? Meine Axtlanke geben. Stimmt, meine Axt ist kaputt gegangen. Das hat er nicht gesaved. Ach, geil. Ich brauche nur eine Planke. Dann kann ich mir nämlich wieder eine Axt machen, weil wir haben nämlich gar kein Holz mehr. Ja, ich habe auch, das ist ja, meine Axt ist gleich kaputt. Ach so. So, aber da war dann für einen Baum reichst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Ah, nice, danke. Beste. So. So, meine Axt ist auch kaputt. Ähm, ich würde mal zum Boot gehen. Wo sind das? Hä, warum habe ich nur zwei Planken im Inventar? René hat mir doch vorhin noch welche gegeben. Hier, warte, hier ist noch ein Zwanni. Ah, okay. Oh, boah, hat noch ein Zwanni, oh Gott sei Dank. Oh Gott, Alter. Ja, das haben die vielleicht nicht gestickt mit dem Inventar oder so? Äh, nee, eigentlich nicht. Die sind wirklich nicht da. Naja, egal. Ja, ich stelle her und, äh, hätte ich noch einen Bolzen, könnte ich dir auch noch eine Axt machen. Aber ich bräuchte noch einen Bolzen. Woraus kann man einen Bolzen machen? Aus dem Eisenbahn machen. Ja, dann kann ich an Schiffen, kann dir auch noch eine Axt machen. Ja, dann, äh, schmeiß wir mal das restliche Holz her. Du hast ja jetzt eine Axt, ne? Ah, nee. Ja, und... Dir fehlt ja ein Bolzen. Doch, ich hab eine Axt. Gut. Und ich hab... Also, was brauchen wir alles noch für die Axt? Ich hol mir nochmal einen Energy-Jungs. Hier, ich hab auch noch... Scheiße. Ah, da ist das Boot, okay. Zum vierten mal gesagt. Ja, das ärgert mich wirklich gerade. Aber gut. Ja, safe. Kann ich 100% verstehen. Das wäre auch so geil, wenn das Video gegangen wäre wieder. Also, tatsächlich, die Videodatei ist irgendwie da, aber halt voll im Arsch. Das wird wahrscheinlich irgendwie gehen auch, aber das dauert halt wahrscheinlich ewig. Schade, dass du mir die nicht schicken kannst. Ich würde da echt mal gern drin rumbasteln. Ja, ähm, ich kann sie dir schicken. Kannst du auch gerne. Ja, die ist riesig. Wird sich GB mal eben schicken. Wollt grad sagen. Mein Foodbalken ist buggy. Ah, jetzt ist er. Oh, scheiße, mein Foodbalken ist ganz unten. Okay, ich würde sagen, ähm, ich zähle jetzt mal runter und dann machen wir die Aufnahme weiter, ne? Mhm. Also, drei, zwei, eins. Moin, moin und herzlich willkommen zurück. Ähm, wie man sieht, sind wir bei der Missionsinsel. Es ist nämlich eben gerade schon wieder ein Malheur passiert. Die, ähm, Aufnahmedatei ist leider kaputt gegangen. Und, also mein PC ist abgestürzt und er hat die Datei nicht richtig gespeichert. Und, wir haben gerade schon versucht, die zu reparieren. Hat aber leider nicht geklappt. Die Datei ist kaputt. Ähm, das heißt also, ihr habt jetzt leider ein bisschen was verpasst. Und zwar, wir sind da unten reingegangen. Ähm, und durch diese Tunnelsysteme, da, was haben wir da gefunden? Ähm, wir haben Erdbeeren gefunden, Bananen. Ähm, und, äh, mussten so ein kleines Rätsel lösen. Wir versuchen auch die Datei eventuell nochmal zu reparieren, aber wahrscheinlich wird das nix. Ähm, aber was soll's. Wir machen das jetzt auf jeden Fall anders. Wir streamen jetzt auch. Auf Twitch. Ähm, und da sind die Dateien dann auf jeden Fall sicher. Ne? So ist zumindest der Plan. Also, wenn es beim PC nochmal abstürzen sollte, dann ist nichts verloren. Tatsächlich ist bei Raft irgendwie echt der ganz schöne Wurm drin, ne? Wir sind irgendwie... Irgendwie ist immer was. Bei jeder Aufnahme passiert was. Aber so ist das mit Mal. Was soll's. Bringt ja nix, sich zu ärgern. Ähm, ja, und ich weiß nicht. Ihr habt, äh, die Zeit jetzt eben gerade damit überbrückt, hier ein bisschen zu kochen, ne? Ja, richtig. Wir haben die ganze Zeit Kartoffeln geerntet und gekocht, äh, was das Zeug hält. Und, äh, ja. Sind jetzt da so angekommen, dass das Holz eigentlich leer ist. Weil wir ja nicht mehr fahren und, äh, die ganze Zeit Essen produzieren. Ja, sehr gut. Ähm, du hast ja noch Holz, ne? Ah, nee, ich hab auch noch was. Ich mach mir dann nämlich auch mal ne neue Axt. Ähm, und kann dann mit Holz fällen. Hm, super, super. Seile, wir brauchen mal wieder ein paar. Deswegen nehm ich mir mal ein paar Blätter raus. Nehmt euch mal Wasser und so, dann fülle ich einmal Wasser noch auf. Mit meiner Salzflasche und dann... Äh, ich hab beide, beide Flaschen gefüllt. Also, ich bin versorgt. Ich muss noch mal erstmal voll trinken. Ich war eben komplett alle. Inbänger um. Oha, wir brauchen noch mal wieder Eisen. Oh, voll. Ja, Eisen haben wir ja letztes Mal auch keins gefunden, ne? Eine Möwe, eine Möwe. Ja. Oh. Er hat nicht gespeichert, dass ich die, äh, Erdbeeren und Bananensamen rausgepackt hab. Nice. Also haben wir jetzt sozusagen gescheatet, ja. Der Glitch. Immerhin. Kleines Trostpflaster. Ähm, Holz, das hier. Der Blueprint vom Wasserrohr. Schmeiß ich mal von Bord. Und Holz. Holz. Plastik. So. Man lasst das auf die Insel, oder? Ja, würde ich sagen. Weiter erkunden. So, warte mal. Ich müsste noch Suppensuppen. Stimmt, die hab ich wieder vergessen. Das mach ich nur kurz, aber dann kannst du losgehen. Stimmt, das sollte ich auch machen. Oh, da hinten kommt der Haie angesleidet. Gesleidet. Kommt, sie zogeln durch die Musik. Nice. So. Auf geht's, war? Jo. Hier noch zwei Schlücke. Neh mich nochmal mit auf. Und let's go. Let's go. Ja, nice. Wir haben jetzt schon einige, stimmt. Und so viel sollten wir vielleicht auch noch sagen, normalerweise startet man hier halt unten, wie man sieht, also bei diesem Eingang da hinten und muss sich erstmal nach oben kämpfen, das haben wir gemacht und sind dann tatsächlich hier innen drin gewesen und dann kann man von der Seite diese Türen öffnen und das haben wir jetzt auch schon zu allen Richtungen gemacht, sodass man dann nicht jedes Mal unten durch muss. Hier laufen Roboter rum, davon haben wir auch schon ein paar getötet, wenn man das macht, dann kriegt man so eine Energiekarte, oder was war das, Schlüsselkarte, davon haben wir jetzt schon vier Stück, ja, und ich würde sagen, wir erkunden dann einfach mal ein bisschen weiter, oder? Ja, da ist ein Barbershop, lass uns mal zum Barbershop. Ey, warte mal, guck mal, man kann hier rein, ne? Hast du schon gesehen? Man kann hier hinter mit so einem Duckjump und dann hier rein, dann ist so eine Gasse. Hä? Die führt total weit und hier ist ein Kaktus am Ende. Das ist bestimmt ein Easter Egg. Glaube ich auch, ja. Ist das stumpf? Warum denn ein Kaktus? Ja, man kann auch nichts mehr machen. Sonne, Sonne, Kaktus. Vielleicht ein Insider von den Entwicklern? Keine Ahnung. Aber voll der krasse Gang. Interesting. Barbershop, ja? Barbershop, Leute. Ja, dann hinein. Ach, geil. Da ist auch eine Eins dran. Hm. Kann man nicht. Was? Echt nicht? Seaside Barber. Hätte ich jetzt gedacht, dass man da rein kann. Aber gut. Ich finde es echt mal wieder nötig zum Barber. Notice, Keycard-Reader out of order. Please use Elevator in Plantation Area. Aha. Wir müssen zur Plantation, oder? Also müssen wir wieder nach unten. Elevator. Oh, Penner, Alter. Einer dreister Sommersonde Kaktus. Oh, hier, die kann man öffnen. Oh, wo bist du? Echt? Oh, geil. Die konnte man öffnen. Hier ist Plastik. Hier ist ein Aschenbecher. Die Treppe ist ein Fahrstuhl. Ja, geil. Alle rein hier, wa? Nice. Einfach nur so zwei Knöpfe, was soll das? Rück auf die Acht. Ja. Die Mucke auf. Die Fahrstuhl-Mucke, ja. Ja. Ich würde gerne das Gemälde mitnehmen. Hier ist auch so ein Kaktus. Ja, same. Style ist das egal. So ein Kaktus. Ja, stimmt. So ein Gemälde mitnehmen, das wäre echt nice fürs Boot, ne? Man kann ja noch Bilder machen später. Ey, hier ist ne Jackie. Ey, guck mal, ist auch was drin. Hier ist ne Jackie, aber die heißt hier. Wie heißt die hier? Happy. Happy Birthday. Okay. Ja, aber das war's. Ah, hier kann man noch. Taranga-Marke. Taranga-Marke und Tang... Tangaroa? Keine Ahnung. Ah, Machete. Ich hab die zum Glück dabei. Machete-Killz. Ja. Machete-Killz-Again. So heißt die eine Folge übrigens, ne? Ah, hier ist ein Safe. Guck mal, hier ist Holz. Safe. Titanerz. Wo ist ein, wo ist ein, wo ist ein Safe? Wo ist ein Safe? Hier war ein Safe. Ein Kiebel bei der Malkan aufs Dach. Hier war ein Safe, den hab ich aufgehoben, da war Titanerz drin. Geil. Geil. Titanerz, Glas und zwei Scharniere. Ja, hier ist auch noch was. Tangora-Marke. Mhm. Ja, geil. Tangaroa. Hier auf dem Dach liegt noch dreimal Schrott rum. Hier liegt Klebeband. Was auf dem Dach? Warte, ich komm mal mit. Ich komm mal mit. Ja, man kann auf Dach... Und von dem Dach kann man auf ein anderes Dach springen. Oder auf andere Dächer. So müssen wir uns wahrscheinlich hier fortbewegen. Also hier sieht's so aus, als wenn man rüberkommt. Mhm. Da ist auch ne Seilrutsche zum nächsten Gebäude. Ach, stimmt. Ja, habt ihr euer Seilrutsch und Geschirr dabei? Nee, ist jedem. Ja, safe. Das nimmt ja keinen Inventarplatz weg. Oh, hier ist ne Kiste. Oh, geil. Wir rollen die mal auf. Oh, guck mal da hinten. Da ist richtig weit oben ist ne Seilrutsche. Mhm. Da, ja. Kann man auch noch außerhalb der Kuppel? Da oben hin in den Turm? Bestimmt, ne? Ja, das ist bestimmt das Endziel, oder? Da oben. Krass. Ja, denke ich auch. Das heißt, wir müssen das Gebäude da drüben, um dann mit der Seilrutsche in die Mitte zu kommen, oder? Ja, ich geh mal davon aus, dass das richtig, also dass das erst ganz als letztes kommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, also, wollen wir hier die Seilrutsche benutzen? Ah, du machst schon, okay. Jeden. Äh. Ich hab verkackt. Aua. Ich auch. Du musst abbringen und dann direkt zur nächsten Seilrutsche. Was? Alter. Echt jetzt? Ich hänge noch. Aber ich kann hier nichts machen, ne? Wenn du kannst jetzt abspringen, ne? Au, Alter. Shit. Und der Roboter kennt mich. Ach, egal. Ich helfe dir mal. Oh, fuck. Ich bin aber auch schon fast down. Oh, Alter. Ich bin so gut wie tot, Alter. Scheiße. Bleib mal zurück. Ach, warte mal. Ich hab doch noch diese Heilpaste von sonst wann. Die bringt's jetzt ja vielleicht. Wie schmiert man sich die drauf? Mit drückt halten. Ah, danke. Ja. Hab den Ring nicht bemerkt. Da ist noch ein Roboter. Oh, die bringt's ja richtig, die Heilsalbe, ne? Habt ihr die mal benutzt? Hey. Alter Schwede. Es gibt auch zwei Versionen, ne? Die hälfte auf. Es gibt noch eine bessere mit Honig. Aber die ist schon... Oh, fuck. Hier ist ja wieder ein Robi. Gar nicht gesehen. Bessere mit Honig. Okay. Gut. Sehr gut. Jetzt hab ich die mal aufgebraucht. Ähm, wo seid ihr da? Wollen wir hier lang? Ja, das ist nochmal da, wo wir die mit der Seilrutsche gerade verkackt haben, oder? Willst du nochmal versuchen? Achso, stimmt. Ja, warum nicht, ne? Okay. From me out. Why not? Oh, der Roboter lebt wieder. Wollen wir den einfach ignorieren? Oder nochmal killen? Machete kills again. Ja, nee. Einfach dran vorbei, oder? Okay. Wenn wir Energiekarten brauchen, können wir das ja immer noch machen. Wo gehen wir es denn jetzt weiter? Ja, bist du hier. Hier, hast du das auch auf dem Boden? Achso, ich bin dran vorbei. Ich bin jetzt hier. Der Roboter fährt einmal komplett ums Gebäude rum. Ich mucke. Wie so ein Irrenhaus. In der Gummizelle. Ach nein, ey. Oh, scheiße. Hier lang, genau. So, und du meinst dann rechtzeitig abjumpen, also wegjumpen? Ja, oder? Ich denke schon. Ich hab gar nicht gesehen, wo man da jumpt. Aber wenn du loslässt, dann machst du ja keine Bewegung irgendwo hin, oder? Doch, wenn du noch Schwung hast. Ja? Okay, mach mal vor. Mach mal vor. Ja, okay. Nein, ich konnte eh drücken, aber ich hab's verkackt. Ach krass, echt? Ja. Das ist doch ein Hardcore-Timing, du. Ja! Ach, du hast es geschafft. Alter, das ist doch voll schwer. Boah! Ja, das ist doch schwer. Nee, das ist das Exact-Time. Fack mal, hier sind zwei Roboter hinter mir. Hier ist Schrott und ein Koffer, ein Aktenkoffer. Geht's von da aus denn überhaupt noch weiter? Also müssen wir da auch noch hin? Genau, genau das wollte ich gerade gucken. Ähm, ich glaub nämlich nicht. Ich nehm mal die Kiste hier auf, da waren Scharnier, Kupfer, Bolzen und Glibber drin. Vielleicht versuchen wir's trotzdem nochmal, Wayman. Ja, auf jeden. Aber hier ist nichts. Ich glaub, ihr müsst hier gar nicht hoch. Also ihr müsst das nicht machen. Egal. Fasstuhl. Guck mal hier, Fasstuhl. Klick, 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 klick. Aber gut, äh, ich streame ja, also. Also mich würde wirklich mal diese Logdatei interessieren, was da los ist. Ja, mich auch. Hier ist noch ne Kiste. Titanerz, juhu. Nice. Geil. Ich hab's wieder verkackt. Ich verkack's jetzt auch nochmal, warte. Aber hier geht's sowieso nicht weiter, Leute. Hier ist alles abgefarmt. Ja, aber wir wollten's trotzdem. Oh, ich hab's geschafft. Alter, nice. Aber, ah doch, noch rechts hab ich abgesprungen. Bringt mir nichts, aber ich hab jetzt Bestätigung. Also ich bin nicht der einzige Trottel. Äh, oder ein. Das war aber auch wirklich Lack. Also das ist Sekunden. Ja, aber doch, hier ist doch ne Karte, oder nicht? Ne, ne Tür? Ne, kommt man nicht rein, stimmt. Ja, ich glaube, wenn da, ähm, wenn die rot ist, also ein rotes Licht hat, dann kann man ne Karte benutzen und kann da reinkommen. Wenn da kein Licht ist, dann... Leute, wir brauchen acht Marken. Wir brauchen acht Tango-Garoa-Marken. Und wir haben? Da kriegt man, da kriegt man ein Klavier für. Nice. Ein Flügel, Junge. Geil. Ey, das will ich wirklich haben. Jetzt mal keinen Scheiß. Ja, safe. Ich auch. Aber da müssen wir wahrscheinlich jeden Ort abgesucht haben, ne? Ne, es gibt ganz viele Kosmetik-Items hier. Es gibt doch ein Radio. Kann man sich ein Radio bauen? Boah. Geil. Es sieht nicht so aus. Weil, das wär eigentlich schon... Es gibt aber in dem, äh, in dem Titelbild gibt es ein Radio manchmal. Ja, ja, das... Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man sich das hier holt. Geil. Krass. Ja, wo seid ihr jetzt, ne? Ähm, ich bin jetzt da, wo sozusagen die, äh, Zip-Line endet. Und bin runtergejumpt. Bist du jetzt ganz unten? Äh, geht mal auf den Balkon. Da sind Balkon uns noch. Ja, ich weiß. Aber da ist nichts drauf. Da ist nichts. Ja. Ja, lauf mal den Roboter einfach vorbei. Und dann, da hinten hab ich ne Tür gesehen. Die geht auch mit ner Schlüsselkarte auf. Ah, nice. Wo denn? Hier, hinter dir, Raul. Komm zu uns, komm zu uns. Ja, Robi kommt gleich... Ja, da kommen beide in die Tür, aber egal. Raul, komm her. Wo seid ihr denn? Nichts von dir jetzt, ne? Ah, da. Hier. Ja. Ja, der eine verpisst sich schon. Der andere ist zu langsam. Ah, der kommt noch. Ne, aber hier hinten die. Ja, die? Achso. Ja, die haben dann immer so ein rotes Feld. Hm. Okay. Ey, wir können aber auch... Nein, null. Geht das? Nee. Ja, das wird sich abbrechen, ne? Ja, ich wollte nochmal gucken. Der Raul steht, als würde er vor der... Ja, als würde er vor uns stehen. Fahr nochmal runter. Wir kommen nochmal... Wir kommen dich nochmal abholen. Ach, das ist... Aber, nee, du kannst jetzt in beide Stockwerke, 6 und 8, aber es ist ein anderes Gebäude. Hm. Ja, der erst mal 6 und 8. Erst mal 6. Stella. Ja. Muss gedrückt halten. Geht das überhaupt? Nein, geht nicht. Ich glaub nicht. Roten, rechts und links. Hm. Links geht, gehe ich reng. Oh! Oh mein Gott, hier ist eine Ratte. Echt? Auch eine Große. Ja, ist scheiße. Das ist eine Große. Bist du denn, du, Alter? Ich bin in die andere Richtung gegangen. Ihr seid links gegangen, ich bin rechts gegangen. Ach, es gab noch eine andere Richtung. Hier ist noch Klebeband. Das ist wahrscheinlich auch dauernd, ja. Hier ist alles abgefarmt. Oh, wir brauchen hier eine Machete. Jo. Kills. Ich hab ne Metallpfeil gekriegt. Ja, nein, wir wollen hinter dir, hallo. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, ob hier was zu looten ist. Machete, Kills. Hier ist denn alles gebootet? Ei. Ihr habt ja, ich hab nennt sie heat.